So, da haben wir auch noch ein Unkraut. Ey, es tut mir gerade echt leid, dass ihr keine Musik habt, so wirklich. Ist nur ganz leise im Hintergrund. Hätte ich jetzt eigentlich ändern können. Oh, was ist das? Oh, hey. Hey, 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 hey. Oh, Alter, da kann ich abhauen. Da kann ich abhauen. Da kann ich abhauen, Leute. Uuuuh. Okay, da kann ich abhauen, Mann. Ich hau jetzt hier ab. Ich ergreif die Flucht. Wartet. Das wird's. Moment, warte. Slash me. Okay. Ich hau hier ab, Leute. Ich hau hier ab. Ich mach jetzt so. Alk. Das Zeug hängt. Aber kein Ding. Ich bekomm's raus. Warte, ich muss die mal fragen, ob das klar geht, wenn ich hier versuche zu fliehen. Oder ob das überhaupt... Nur mal schnell fragen, ich weiß ja nicht. Weil, kann man da raus? Ich frage die mal ganz schnell. Ich frage die mal ganz schnell, den Melvin. eigentlich stehe ich noch hier hinten. Ich wollte nur fragen, ob man da fliehen kann. Ah, okay. Okay. Leute, ich versuche abzuhauen. Okay. Okay. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich... Ich ergreif die Flucht, Mann. Steht da oben einer. Ich hau jetzt hier ab. Fuck. Wenn die mich jetzt... Ey. Oh. Scheiße. Alter. Ich hab Schiss, dass die da stehen. Ich muss hier abhauen. Oh fuck. Shit, Alter. Geh in den Busch, Alter. Oh ja. Ruhe. Fuck. Die stehen da. Oh scheiße. Oh. Nein. Wenn die mich jetzt erwischen, dann bin ich so am Arsch, Alter. Okay. Wo sind die hin? Fuck. Der steht da. Der steht da. Die stehen da. Warte. Gibt's nicht das Schleichen auf X? Hab ich gehört. Fuck. Okay. Mann, die müssen da weg. Kommt. Jetzt geht mal weg. Na kommt schon. Ich sag euch, das wäre die geilste Flucht der Welt, wenn ich das schaffen würde. Nein. Nein. Ich bin hier versteckt. Der klotzt genau hier. Oh oh. Fuck. Nein. Die wissen wo ich bin. Ich kann hier nicht abhauen. Warte. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Fuck. Spring hoch. Spring hoch. Spring hoch. Fuck. Nein. Geh doch da hoch, du dämlicher. Junge, geh da hoch, Alter. Geh doch endlich mal da hoch, jetzt. Okay. Oh je. Oh shit. Alter, das... Ohne Scheiß. Das hier ist gerade das spannendste und nervenaufreibendste RP, was ich jemals gemacht habe. Kein Scheiß jetzt. Oh fuck. Okay, ich hau ja, Mann. Wer ruft hier he? Oh fuck. Run, renn, 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 renn. Wo kann ich hier runter? 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 Wo kann ich hier runter, Alter? Oh oh. Es gibt keine Flucht. Ich... Nein, ich schaff das nicht. Ich kann... Ich überleb diesen Sprung nicht. Wo kann ich hier runter? Das schaff ich nicht. Ich schaff das nicht. Wo kann man hier abhauen? Ich werde sterben, wenn ich da runter springe, Leute. Fuck, da unten rennt einer. Alter, die suchen alle nach mir. Nein! Nein! Oh. Ich bin schon wieder drinnen. Das gibt's nicht, Alter. Oh fuck, nein, Alter. Ich... Ey, das ist nicht fair. Das ist echt nicht fair. Obwohl, warte. Jetzt wissen sie nicht, wo ich bin. Jetzt wissen sie nicht, wo ich bin. Ich bleib hier drinnen. Ich bleib hier drinnen. Okay. Warte, ich mach die Innenansicht. Fuck, ich muss in den Raum, wo die mich nicht sehen. Komm, 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 komm. Ich... Das ist sogar gut, dass ich hier runter gefallen bin. Das könnte gut sein. Das ist gut. Das ist gut. Hier kann ich mich verstecken. Warte, ich mach das so. Ich mach schnell die Axt raus. Oh, fuck, die suchen nach mir. Hack den Kerl an Weiner-Binion, wenn ihr ihn seht. Oh nein, warum bin ich hier runter gef... Oh fuck, nein, da kommt einer. Nein, bitte nicht. 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 Nein, bitte, bitte. Nein, bitte. Nein, 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 nein. Alter. Verarscht mich nicht. Warum bin ich runter geflogen? Ich komm hier nie wieder raus. Ich komm hier nicht mehr raus. Ich komm hier nie wieder raus. Warte. Schleich, schleich, schleich. Hier ist ein gutes Versteck, Alter. Oh, ein nicees Versteck. Richtig nice. Alter, das ist ein gutes Versteck. Das ist ein sehr gutes Versteck. Leute, ich... Das ist ein krasseste Ding überhaupt, man. Ohne Scheiß. Ey, das kommt sowas von auf YouTube. Wenn ich das schaffe zu fliehen, sei so's Flucht. Alter, ich trau mich hier nicht weg. Ich warte, bis sie die Suche aufgeben und dann hau ich nochmal ab. Ich warte, bis sie jetzt denken, okay, der ist abgehauen und die rennen alle draußen rum. Dann kann ich runter und flie nochmal durch denselben Ort. Erstmal bleib ich hier. Mach mal slash Pfanne. Ja, genau. Glaubt ihr, ich kann schon raus? Komm, jetzt muss OBS aber anbleiben hier, ne? Nicht, dass hier OBS ausgeht. Läuft aber noch. Okay, ich laufe mal ein bisschen. Ich gehe mal ein bisschen hier vor. Fuck, warum bin ich runtergefallen? Wo kann man hier abhauen? Ist das wirklich noch GMP? So spannende Nerven drauf ein, wie das ist. Ja, sowas hatte ich auch. Sag nicht, dass du mich findest, bitte. Bitte sag nicht, dass du mich findest. Dann bin ich tot. Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Fünf Minuten, fünf Real-Life-Minuten warten. Oh, Mann. Er hat mich nicht bemerkt, okay. Das ist einfach die krasseste Scheiße, die ich je erlebt habe hier. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, kommt jetzt. Geht endlich mal hier weg. Geht endlich weg. Geht doch bitte endlich weg. Guck dir an, wie die hier alle nach mir suchen, Alter. Oh, Scheiße. Oh, verdammte Scheiße. Kommt, jetzt geht endlich weg, Mann. Geht endlich weg. Geht endlich weg. Die stehen genau da, Alter. Durchwühlt das Gestrüpp. Fucking, fucking, fucking hell. Ich geh ein bisschen mehr ins Gras rein. Tristan würfelt eine 6. Er würfelt eine 6. Was soll das bedeuten? Oh, nein. Ich finde diese Musik, die hier gerade im Hintergrund läuft, die passt richtig gut. Nur ich weiß nicht, ob ihr die hört. Oh, fuck. Ist da über mir gerade jemand oder was? Er wirft einen Blick unter sich. Ist da jemand über mir? Ich sehe keinen. Ist da jemand über mir? Und hört keine Musik. Ich höre keine Musik. Warte, ich mache Musik rein für euch, Leute. Wenn ihr keine Musik hört, dann mache ich Musik rein. Ich habe gedacht, man hört die Musik ein bisschen. Okay. Er hat nichts gesehen. Junge, Junge. Was ist, was könnte hier gut passen, Alter? Oh, die Majula-Musik, die passt vielleicht. Okay, er hat mich nicht gesehen. Alter, die müssen abhauen, die müssen abhauen. Irgendwann müssen sie doch die Suche nach mir aufgeben. Hört man nun Musik? Jetzt müsste man eigentlich hören, ne? Ich habe jetzt eigentlich meine normale Playlist reingemacht. Komm raus, ich tue dir auch nichts. Ich bin doch gar nicht scheiße. Wäre ich doch nicht runtergefallen. Aber ich hätte keine andere Wahl gehabt. Ich wäre gestorben bei dem Einsturz. Aber sowas von. Ich wäre sowas von gestorben. Die stehen da rum und gucken genau hier in diese Richtung. Ich darf mich nicht bewegen. Okay, ja. Okay, gut. Habe nicht gewusst. Alle bei mir sammeln. Okay. Sie sammeln sich alle. Das ist Oscar-reif, was hier gerade passiert. Ohne Scheiß. Wo sammeln die sich? Wo sammeln die sich? Wie? Fuck. Da kommen sie. Das Halloween-Theme? Welches meinst du? Im RP denken sie schon vielleicht, dass ich weg bin. Ja, aber das Ding ist, ich hänge hier eigentlich schon ein bisschen in der Scheiße. Aber ich könnte von unten einfach nochmal denselben Weg raus. Und dann gucken, dass ich da irgendwie abhauen kann. Okay. Gott sei Dank hat der Typ so scheiße gewürfelt, ne? Seht ihr die? Seht ihr die durch das Blättchen durch? Da hinten stehen drei Leute. Richtig Assassin's Creed-like. Richtig Assassin's Creed-like. Die unterhalten sich da noch, Mann. Ich kann nicht weg, bis die da nicht weg sind. Jetzt kommt der Nächste dazu. Okay. Ich hoffe wirklich sehr, dass sie denken, ich wäre weg. Bitte geht einfach weg. Die unterhalten sich jetzt wahrscheinlich und fragen sich vielleicht, wo ich hin bin. Bin ich überhaupt noch im Schleich-Modus gerade? Ich guck mal schnell. Ich hoffe, die erkennen mich nicht. So von der Halloween. Ah, die habe ich halt gerade nicht hier. Blöderweise. Kommt jetzt. Warte, wir müssen Geduld haben. Die reden jetzt da noch. Die können hier nicht ewig stehen in der Arena. Die können hier nicht ewig sein. Und die Nacht ist mein Freund gerade. Ohne Scheiße. Ich wünsche mir, dass die nicht so schnell vorbeigeht. Wir haben zwei Uhr. Jetzt hauen sie ab. Okay. Aber zwei stehen immer noch da. Einer und noch einer. Der andere hat gerade gecrashed, glaube ich. Der ist einfach verschwunden. Jetzt kommt noch wieder einer hoch. Das ist Franco, glaube ich. Stehen immer noch da rum. Ein paar sind schon weg. Die müssen weg. Diese Musik, die jetzt eigentlich normalerweise im Spiel läuft, die wäre mir viel lieber, wenn ihr die hören würdet. Weil die passt so richtig genial gerade dazu. Die müssen warten. Die reden immer noch. Diese Fluchtszene musst du unbedingt als Einzelnes im Forum posten. Beste RP-Aktion ever. Ganz ehrlich, ich glaube, das mache ich auch. Also sowas krass habe ich mir jetzt auch nicht. So viel Adrenalin und sowas im im Gothic-Multiply habe ich selten erlebt. Der Kerl ist weg. Ihr habt versagt. Knurrt, geht zum Eingang. Okay. Aber es ist noch nicht vorbei. Ich muss hier noch abhauen. Der Kerl ist weg. Okay, scheiße. Wenn die mich erwischen, Leute, dann halt es erstmal wirklich Miene. Oh, please. Okay, die gehen, die gehen. Die gehen. Die hauen ab. Okay. Ich gehe durch denselben Weg nochmal raus. Das Tor da ist zu. Okay. Aber da steht immer noch einer. Der guckt hier noch rum. Bewegt deinen Arsch. Okay, jetzt gehen sie. Okay. Wo geht es da links rein? Ich will hier nicht so lange rumrennen. Fuck, da unten steht auch noch einer. Ich behalte mal lieber die Ego-Ansicht drinnen, weil dann sehe ich mehr. Unten steht noch einer. Der würde sehen, wenn ich jetzt da runter springe. Das ist das Problem. Deswegen warte ich. Unten an dem Zaun. Warte, warte. Der guckt hier noch so hin. Ich warte hier noch ein bisschen. Ist gerade noch nicht sicher genug. Könnte der mich sehen? Immer schön umgucken. Irgendwo geht gerade ein Tor auf. Irgendwo geht ein Tor auf. Irgendwo ging ein Tor zu oder auf. Jetzt kämen die vom Ausgang. Der steht immer noch da. Heinz hat ja gerade da entdeckt. Willkommen. Okay, ich laufe mal ein Schrittchen raus. Dinger, ich liebe diese Schleich-Animation. Die passt so gut, ey. Der steht da unten immer noch. Wie ich mich erschrocken habe als Tristan oder wer das war. Ich hoffe, die haben jetzt kein... Er geht, er geht, er geht. Okay, er geht. Da kommt noch einer. Ich glaube, ich kann losgehen, ne? Fuck, da rennt noch mal einer. Angel Skyline. Okay. Da steht aber immer noch einer. Ich traue mich nicht vorzulaufen, ne? Die laufen da unten rum. Fuck. Okay, ich gehe mal in diesen Raum rein. Ich gehe mal schön an der Wand langlaufen. Nein. Nein, bitte kommt nicht, Mann. Okay, ich gehe. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein, das war's, Leute. Das war's. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Wurde entdeckt. Okay. Okay. Shit. Nein. Ihr kriegt mich nie. Oh, fuck. Alter. Wohin, 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 wohin. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wäre ich doch da geblieben. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Ach, es war aber richtig geil. Das muss man schon sagen, ey. Das war richtig geil, ey. Sticht's also ins Bein. Oh, fuck. Das war ja so eine geile Aktion. Ei, 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 ei. Warte. Okay. Er hat mir noch ins Bein gestochen. Ach, Mann. Man kann nicht aus der Arena fliehen. Doch oben raus springen, ey. Hätte ich jetzt versuchen sollen. Ich hätte drauf gehen können, ne. Aber das wäre meine einzigste Chance gewesen. Das war's für dich. Das war's für dich, ja. Aber es war eine der spannendsten Dinge, die ich jemals hier erlebt habe, ey. Ohne Scheiß. Ja gut, die wussten vielleicht, dass man nicht aus der Arena fliehen kann. Deswegen waren sie noch hier. Ich hätte oben raus springen sollen, Mann. Ich hätte raus springen sollen. Aber das war's für dich, ja. Vielen Dank.